Die Sendung wurde live untertitelt Sie hat nicht nur unser gesamtes Vermögen an sie gespendet, sondern sich auch noch hoch verschuldet Das Resultat war, dass meine Eltern sich letztes Jahr scheiden ließen Ich zog zu meinem Vater und seitdem leben wir hier zu zweit Die Sendung wurde live untertitelt Die Sendung wurde live untertitelt